Im Theoriebogen, da ist manchmal von einer Kreuzung und manchmal von einer Einmündung die Rede. Es wird da immer von Kreuzungen und Einmündungen gesprochen. Wo liegt da der Unterschied? Das ist eigentlich ganz einfach. Eine Kreuzung sieht so aus, wie ich es hier mal aufgezeichnet habe. Und eine Einmündung sieht quasi so aus, da mündet eine Straße in die andere. Kreuzungen und Einmündungen. Man sagt zur Einmündung manchmal auch T-Kreuzung. Das Ganze kann natürlich auch so rumgedreht sein oder so rumgedreht sein. Das nennt man dann Einmündung.